Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück! So, wir sollen ins Nirgendwo, denn dort ist ja... Was? Ist ja dumm... Ähm... Nirgendwo. Gut, dann gehen wir doch hier durch. So, jetzt sind wir im Nirgendwo. Okay. Ähm, da müsste jetzt ja eigentlich... Hm, ne? Ist er hier nicht? Hallo? Dumm? Äh, ne, ich sehe nicht. Gehen wir da durch? Da ist er! Kann ich dir helfen? Da bist du ja! Sondern umgekehrt. Da bist du! Ich habe auf dich gewartet. Guck mal, was ich hier für eine Dose habe. Ich habe Dodo dabei geholfen, den Heimweg zu finden und als Dank gab er mir was hier. Wuhu! Und jetzt male ich alle Schilder in Unterland, damit sich nie wieder jemand verirrt. Komm, Dai, komm und hilf mir beim Malen! Okay. Gut, Schilder. Die haben also Schilder gemalt. Da ist eine Kiste. Hier kommen wir nicht lang. Ähm, jetzt muss ich mal eben schnell schauen. Wir sind jetzt da. Oh, Mann. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder weg? Äh, am... Ja, einfach mal durchgehen. Einfach mal gucken, dass wir hier wieder wegkommen. Gut. Wo sind wir? Ah, okay. Ich habe jetzt was anderes erwartet. Ah, hier müssen wir lang. Genau. Snidquost. Da müssen wir hin. Snidquost bauen. Ja. Ich kann eine Abkürzung nach machen. Dann geht's da hin. Okay. Hier entlang. Hier waren wir aber auch schon. Okay, äh... Heißt das, wir müssen wieder zurück? Ähm... Nein, das heißt nicht, wir müssen wieder zurück. Wir sind schon richtig. Also, wir sind hier... Und sind hier goldrichtig. Passt schon. So, wir schauen mal, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das denke. Bis jetzt, äh, sind wir an manchen Türen, ähm, nicht rausgekommen, wo wir hätten rauskommen sollen. Also, laut Karte. Da hinten kann man speichern. Ach, das ist der Südquostbaum hier. Ja, genau. Ah, genau, jetzt, 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 äh, fällt mir das alles wieder ein. Wir speichern jetzt erstmal. Da gab's ja noch eine Brücke, wo wir hätten die Perspektive ändern können. Was wir aber noch nicht konnten, weil wir ja den Hutmacher zu der Zeit noch gar nicht bei uns hatten. Hier. Da. Genau. Jetzt, das alles irgendwie richtig hinschieben. Muss verpassen. So. Genau. Und da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Überall anders waren wir schon. Und das, äh, genau, ist jetzt auch... Ach, ne, das ist die Brücke. Ja, genau, die Brücke, da müssen wir rüber. Tür, Tür und dann von der Tür hier rüber. Alles klar. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal über die Brücke, sobald wir gekämpft haben. Wir haben eure Befehle. Ab mit den Köpfen. Sie kommen. Sack, sie haben. Was kann der denn da? Was kann der denn da? Also, ich muss sagen, mit dem Märzhasen macht mir das immer noch am meisten Spaß. Hä? Das ist... Irgendwie liegt der da komisch, kann das sein? Ach, das ist der. So, schon geschafft. Das ging doch diesmal echt fix. Das ging fix. So, alles. Komm, wir gehen jetzt da hinten zu der Tür. Na, 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 na. Komm, du bist doch groß genug. Aber du hast genau die richtige Größe dafür. Okay. Mal im Schnau schauen. Ja. Das scheint, scheint richtig zu sein. Ich kann das aber noch nicht so ganz abschätzen hier. Oh, Mann. Äh, okay. Das ist also blau. Moment. Moment. Ja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was ist hier los? Was müssen wir hier machen? Da ist Filikinese. Hm, das sind nur diese Fischköpfe. Mhm. Ich denke mal, da müssen wir da lang. Ah, hier können wir Perspektiven auf jeden Fall nutzen. Unsichtbarkeit. Woher rufstest du, dass es da ist? So. Das ist auch ein Schachbrett, aber kaufen können wir eh noch nix. Wir haben ja keine Schachfigur bekommen. Ah, ich krieg's nicht weiter gedreht. Warum? Ah, okay. So. Gibt's ja auch einen Speicherpunkt, wenn ich's hier schon... Nee. Ein Brett gibt's. Nein. Halt, ich muss bei ihm schnell schauen. Ah, ist richtig. Ah, schon wieder. Ich-Güttel. Rote Lassen. Wenn ich die Augen schließe, sind sie alle weg. Kloch, Quatsch! Ich-Güttel. Du Lange, Charles. Yeah! Okay. Ja. So, äh, Moment, den da jetzt wieder und, äh, zack. Dich nochmal da, okay, kaputt. Das ist immer cool, man muss nur einmal so zack und dann kann man die mit einmal weghauen. Das ist ganz, äh, nett. Zack. Bei dem braucht man öfter, bei den Großen, aber bei den Kleinen reicht einmal. Oh, Mann. Oh, hört doch auf damit. Verdammt. So, dann ziehen wir sie da nochmal raus. Okay. Hier, versteck du dich mal da drüben. So, okay, das haben wir. Ah, fertig. Sehr schön. Puh. Ach, da ist die Tür. Die nächste, die wir brauchen. Ach, da ist noch eine. Nach all diesen Kämpfen fühle ich mich langsam unbesiegt. Oder war das jetzt nur eine? Das war nur eine Tür. Okay. Joa, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Oh, Mann, der Hutmacher passt der da durch? Ja, gerade so, hä? Oh, schon wieder. Muss ich nur laufen oder muss ich auch, muss ich kämpfen? Ich glaube, ich muss kämpfen, wa? Ja, ich muss kämpfen. Ja, ich bin unterwegs. So. Okay, gut. So. Haben wir das auch zu. Kann man hier irgendwo speichern? Ja, das hoffe ich auch. Aber ich würde gerne speichern. Ah, da. Ich mag Bienen auch. Manchmal. So. Endlich speichern. Nach dem ganzen Gehkämpfe. Okay, dann würde ich jetzt hier auch den Part beenden. Und im nächsten gucken wir dann, dass wir hier ins weiße Schloss kommen. Also bis denn. Ciao, ciao.